ARD Text im Auftrag von Funk Was geht ab? Es ist Follow-Friday und wie versprochen nutze ich heute in den Tag von eins eurer Instagram-Bilder zu Shoutouten. Zu Outschouten? Zu Shoutouten? Kommentiert mal kurz unten, wie ihr es nennen würdet. Es wurden viele Bilder gepostet. Einige waren sehr lustig. Und die anderen ... Aber wir wollen noch keine Zeit verlieren. Eines fand ich sehr nice, weil es eine alltägliche Situation war. D.h., ich hab dieses Bild gesehen und konnte direkt eine Verbindung herstecken. Ich hab gefühlt, was er gedacht hat. Für einen kleinen Moment war ich diese Person. Aber wir wollen noch keine Zeit verlieren. Der Gewinner für den heutigen Freitag ist ... Picture that, picture this, picture it, click, click. Bang! Picture that, picture this, picture it, click, click. Space Boys. Herzlichen Glückwunsch an X1R Boss. Geht auf seine Page, followt ihn, liked seine Bilder. Und kommentiert sein Bild mit Erdnussbutter, damit er weiß, dass ihr von mir kommt. Ich weiß nicht, wie's bei euch ist. Aber ich kenn die Situation nicht mal. Du gehst auf Toilette und möchtest einfach nur ... Und dann bemerkst du, du hast dein Handy nicht dabei. Ja, ja, ja. Einige von euch haben einen goldenen Hintern und brauchen gar kein Handy, um kacken zu gehen. Ich weiß, ich weiß, ich weiß. Aber andere schon. Der Onkel meiner Mutter, dessen Vater der Onkel des Bruders, des Cousins gewesen ist, dessen Mutter gleichzeitig auch die Schwester der Cousine vom Onkel gewesen ist. Auf jeden Fall, ihr wisst, was auch passiert. Guckt euch das einfach an. Auf jeden Fall, ich kenn ihn nicht. Ich kenn ihn nicht, aber guckt euch das einfach an. Haha. Bei euch. Bei euch. Mann, war das ne Scheiß-Situation! Die Moral der Geschicke gehe niemals, niemals, niemals ohne Handy auf Toilette. Sonst findet dich Tokpa Tululu. ARD Text im Auftrag von Funk Nächsten Mittwoch geht's weiter mit SpreyfossTV. Nächsten Freitag geht's weiter mit Follow Friday. Ein kleiner Tipp von mir, jetzt abonniert, verpasst ihr kein Video mehr. Weißt du was, ich warte ein paar Sekunden, abonnier schnell. Und für die Leute, die schon abonniert haben, kommentiert einfach mit Toilette. Ich chill so lange. Erdnussbuttaaaaa! Und, hast schon abonniert? Wie komm ich jetzt runter? Mann, Buddha, da ist doch eine Video dabei! Nerv uns doch, ein Video, guck zu dir, mach mal die scheiße Training machen. Oh mein Gott, immer, immer, der sagt nein, nein! Immer Tokpa, ich sag immer gute Ideen, du sag immer nein, nein! Baschiki, Baschiki, Baschiki! Okay, Tokpa, ist der beim Nerven, ich hab's grad gesehen. Eigentlich wollten wir ja nur Fotos zeigen, aber ich zeig noch mal kurz ein Video. Bist du zufrieden, Tokpa? Yes! Wie gesagt, geht's nächsten Freitag wieder weiter mit Follow Friday. Okay, wenn du ein Shadow von mir haben möchtest, musst du einfach nur ein verrücktes oder lustiges Bild posten, mich markieren, add an Spaceboy und Erdnussbutter hinzufügen. Ich freu mich auf eure Fotos, viel Spaß beim Posten und ja, wir sehen uns nächsten Freitag, nein, nächsten Mittwoch, weil Mittwoch kommt ja eine Folge und nächsten Freitag ist Follow Friday. Mittwoch, dann sehen wir uns Freitag und das war's auch schon gewesen. Ich bin euer Joker aka ein schwarzer Typ mit nem fucking Kamm im Haar, voll dem Ton getroffen. Und jetzt, die Outtakes. Ja! Outtake. Der Onkel meiner Mutter, dessen Schwiegersohn, der Vater meines... Der Onkel meiner Mutter, dessen Schwiegersohn, der Vater meiner Tante gewesen ist, dessen Oma der Opa war, von meinem Kind. Ah, sie bin ja Baba Mishin on my shoe, in my way, in my way. Ja, einige von euch haben einen goldenen Hintern und kacken sowieso nicht ohne... Hahahaha. Picture that, picture this, picture it, click, click, click. Ich bin in Deutschland und den Bulti suche mich, was geht ab, was geht ab, was geht ab. Swag Yolo. Was geht ab. Was geht ab. Was geht ab.